Der Aufzug ist defekt. Ich wohne in einem Hochhaus. Wie gewöhnlich bin ich gestern aus der Arbeit nach Hause gekommen. Da ich in der neunten Etage wohne, muss ich den Aufzug benutzen. Was für ein Pech ich hatte. Der Aufzug hat nicht funktioniert. Er war defekt. Ich habe mir die Treppen angeschaut und dachte mir, soll ich die ganzen Treppen hinaufsteigen? Ich hatte keine andere Wahl, außer die Treppen hinaufzusteigen. Ich bin aber ein positiver Mensch. Durch das Treppensteigen kann ich meine Kalorien verbrennen. Ich bin jede einzelne Stufe aufgestiegen. Es war sehr anstrengend. Danach habe ich die Hausverwaltung angerufen. Ich habe gefragt, wann ich den Aufzug wieder benutzen kann. Sie meinten, dass sie ihn so schnell wie möglich reparieren werden.